Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sachen. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast wertgeschätzten Folge. Auch wieder mal eine Solo-Folge von mir und das wird nicht jedem gefallen. Und zwar richte ich mich an die lieben Freelancer. Wir erleben, dass die letzten Monate auch im Netzwerk, dass wir eine bestimmte Konstellation vorfinden. Und zwar, was meine ich konkret? Freelancer werden hier eingesetzt, wenn irgendwelche Kapazitätsengpässe sind. Und wenn ich mir anschaue, in welchen Bereichen diese eingesetzt werden, also ganz klassisch zum Beispiel bei der Berichtsentwicklung von Standardberichten oder von Dashboards. Natürlich auch strategische Managementberatung. Also für unterschiedliche Fragestellungen kommen diese halt immer wieder zum Einsatz, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn Engpässe im Unternehmen sind oder ich brauche Impulse von außen. Aber was ich nicht okay finde, und das geht an alle Freelancer da draußen, was ihr zum Teil bei euren Kunden macht, ist schon sehr als, also mehr als fragwürdig. Insbesondere, wenn wir auf die Aspekte schauen, wie können wir schnell Projekte umsetzen, wie können wir schnelle Ergebnisse liefern, passiert genau das Umgekehrte. Und da sollte jeder mal drüber nachdenken, der auch solche Freelancer einsetzt, möchte ich solche Umsetzungsthemen oder Aufgaben jemand an die Hand geben, der nicht gewillt ist, diese Dinge schnell umzusetzen. Und warum, das sage ich ganz konkret, der möchte nämlich, also diese Personenkreise möchte nämlich lange im Unternehmen bleiben, weil sie nämlich ihre Tagessätze fakturieren wollen. Die haben gar kein Interesse daran, diese Aufgaben schnell zu lösen. Die werden Komplexität einbauen, damit sie unabdingbar wären. Und woran liegt das eigentlich? Warum ist das eigentlich so, dass die halt nicht, ja, praxisorientiert an die Sachen drangehen, sondern, oder Nutzen des Kunden das Ganze umsetzen? Das liegt zum Teil, ist aber meine persönliche Meinung, dass sie sich nicht vermarkten können, sondern die kreien sich dann einen Kunden fest, bleiben da über Jahre drin, weil es ja auch bequem ist. Man ist in dieser Komfortzone, aber der Kunde gewinnt dadurch nichts. Ich zeige das mal an ein paar Beispielen auf, wo wir das dran festmachen, die klassische Berichtsentwicklung. Es kann mir doch keiner erzählen, dass ich da wochenlang, monatelang an solchen Berichten sitzen muss. Warum werden Komplexität in den Berichten abgebildet? Insbesondere, wenn ich jetzt in die neuen BI-Werkzeuge von Tableau, Power BI und wie sie alle heißen nutze, habe ich natürlich viele Möglichkeiten. Also das Endergebnis ist ja vielleicht immer das Gleiche. Also das heißt, meine Zahlen werden dargestellt in Form eines Dashboards oder Standardberichtwesen. Aber warum, verdammt nochmal, warum wird da die Komplexität reingebracht? Ich verstehe das nicht. Und das zahlt der Kunde und es wird nicht transparent gemacht. Und dann wundert man sich, dass man für Berichtsänderungen oder es kommen neue Systeme dazu, dass das tagelang oder wochenlang oder im schlimmsten Fall sogar Monate braucht, wenn man natürlich eine Anzahl von Berichten hat, dass dann dieser externe Berater sich dann an diesen Aufgaben festkreilt und sich dann natürlich dumm und dämlich verdient, obwohl man das Ganze relativ einfach lösen könnte. Und zwar in Form von Automatisierung. Also die Datenintegration und Transformation dieser Daten, Berechnung von Kennzahlen, Logiken, das muss nicht mehr im Berichtswesen gemacht werden. Und damit würde ich ja die Komplexität deutlich reduzieren. Und die Konsequenz wäre, ich bräuchte den Freelancer ja gar nicht mehr. In der Häufigkeit, in dem Umfang auch nicht. Und was halt auch sehr, sehr häufig passiert, derjenige kommt rein und ich bin zum Beispiel ein Freund davon, was zum Beispiel entstanden ist, dass man das schützen sollte. Ich nenne das Investitionsschutz, weil das Unternehmen Entscheidung getroffen hat, ein Softwaresystem einzuführen, vielleicht einen Partner dazuzunehmen, um dieses Projekt dann halt auch erfolgreich umzusetzen. Und dann kann es nicht sein, dass dann jemand Neues kommt und alles in Frage stellt, alles auf links dreht, nur um wieder alles neu zu machen. Weil das kann jeder. Jeder kann reinkommen und da hinschauen und sagen, guck mal, das ist schlecht gewesen, das hätte man besser machen können. Das, wirklich, dafür brauche ich keinen Freelancer, sondern das ist für mich einfach nur ein Signal. Hey, da will einer richtig Umsatz machen, um sich dann wieder mit neuen Aufträgen vollzudecken. Und die Entscheider, die sind total verwirrt. Die können das ja auch zum Teil nicht einwerten, was unter der Motorhaube tatsächlich passiert ist. Und ich finde das nicht in Ordnung. Und das ist jetzt schon so oft vorgekommen, dass bestehende Projekte oder bestehende Ergebnisse von diesen sogenannten Freelancern analysiert werden und in Frage gestellt werden. Klar ist da bestimmt nicht immer alles optimal umgesetzt oder gelaufen, aber es kann nicht sein, dass dann alles in Frage gestellt wird. Und es wird dann angefangen, alles auf links zu drehen. Man fängt wieder an von vorne, also da, wo man eigentlich war, die Herausforderung oder beziehungsweise die Kunst wäre doch, zu sagen, wir haben einen gewissen Stand erreicht. Und wie kann man diesen ganz konkret verbessern? Also ich hatte das vor kurzem im Kundengespräch. Da wurde halt auch berichtet, man hat ein sogenanntes Data Warehouse schon fertiggestellt. Es ist noch nicht in den Betrieb gegangen, also noch nicht produktiv. Man war auch noch nicht so weit, dass man schon die ersten Berichte hat. Also man hat quasi das erste, ja, diesen Kern fertiggestellt. Und jetzt hat es so ein bisschen geknarrt mit dem Dienstleister. Warum auch immer, die Gründe will ich ja gar nicht aufhören. Aber es wäre doch jetzt das Einfachste zu sagen, ach, das ist alles Mist. Wir schmeißen das weg. Wir fangen wieder bei Null an. Das Problem daran ist, dass die Akzeptanz an solchen Projekten, an solchen Systemen deutlich sinkt. Weil die Unzufriedenheit ist ja schon gegeben. Und warum geht man nicht hin und sucht gemeinsam eine optimale Lösung, sodass auch ein Bestands, ein Investitionsschutz da ist. Und das fällt mir halt immer auf. Wir sehen immer nur das Negative. Wir sehen immer nur, was alles nicht funktioniert, weil das ist tatsächlich so. Ein Beispiel, Restaurantbesuche. Oder wir haben eine neue Eisdiele hier bei uns um die Ecke. Keiner geht mal eben hin und schreibt mal eine Google-Bewertung, weil das Eis so besonders ist. Nein, man schreibt da eher eine Bewertung rein, wenn was irgendwie schlecht ist. Und das ist eine typische Mentalität, die ich nicht verstehen kann. Warum geht man nicht mal hin und auch aus Kundensicht und sagt, hey, das hat mir echt wirklich gut gefallen. Und das wird auch mal entsprechend honoriert, was da entstanden ist. Ja, Datenprojekte sind halt komplex. Leute, da machen wir uns nichts vor. Wir brauchen hohe Expertise. Und mir ist halt auch aufgefallen, seit der Corona-Phase ist das Zusammenarbeiten ja auch wesentlich schwieriger geworden. Früher, so kenne ich das noch, in meinen Projekten war oder mit meinem Team, wir waren vor Ort beim Kunden. Wir waren sehr nah beieinander. Wir sind zusammen Mittagessen gegangen, waren in der Kantine. Wir haben morgens Kaffee getrunken zusammen. Das heißt, wir waren ja viel, viel besser im Austausch. Jetzt ist die Situation, wir arbeiten remote. Und klar, wir sind auch manchmal vor Ort, aber die Zusammenarbeit hat sich komplett verändert. Einerseits natürlich gut, müssen wir gar nicht drüber reden, die Fahrzeiten, Reisekosten, alles wunderbar. Aber ich hätte da schon mal eine Folge gemacht, die bezog sich eher auf die internen Teams, dass die Zusammenarbeit einfach oder die Ergebnisse einfach besser sind, wenn man vor Ort arbeitet. Und das stelle ich halt auch dort fest. Es ist einfach schwieriger geworden und die Themen komplexer. Wir haben, die Anforderungen steigen ja täglich. Und die Verfügbarkeit, auch beim Kunden, die Mitarbeiter, sind nicht mehr in Zugriff wie früher, dass man mal eben, ja, dass man eben im Austausch ist, mal das Bürowechsel drüber geht. Das klappt alles nicht. Das heißt, es muss viel genauer geplant werden. Viel, viel, viel genauer. Und wir haben zum Beispiel komplett umgestellt. Wir sind sehr agil unterwegs, machen unsere Sprint-Stante. Sonst würden wir das alles schon gar nicht mehr schaffen. Und wir haben auch intern bei uns die Tätigkeiten so aufgebaut. Also wir haben den Prozess so runtergebrochen, dass der Experte, dass wir wirklich die Stärke des Mitarbeiters genau dort positioniert haben. Also wie eine Art Fließband. So, und ich komme aber nochmal zurück jetzt auf die Geschichte mit den Freelancern oder mit diesen Gruppen, weil mir das halt sehr, sehr häufig schon auffällt, dass das genauso passiert. Und ich finde das als gefährlichen Trend, solche Leute einzusetzen, weil die bringen keine Ergebnisse, sondern sie kosten eigentlich nur Geld. Wirklich, sie kosten nur Geld, weil man hätte in dieser Zeit, wo man nochmal dieses ganze Thema aufbricht und alles auf links dreht und irgendwas zu finden, damit man eine Daseinsberechtigung hat, eigentlich schon viel, viel weiter sein können. Das muss man sich ja überlegen. Und dann auch wieder hinzugehen und alles wieder in diesen manuellen Tätigkeiten zu betrachten und umzusetzen, kann ich definitiv nicht verstehen. Deswegen, liebe Freelancer, ihr werdet es erleben, wenn wir so weitermachen, eure Daseinsberechtigung wird fragwürdig werden. Ganz einfach. Warum? Es wird immer mehr Software-Systeme geben, die das Ganze mitbringen, die Automatisierung mitbringen, die einen Low-Code-Ansatz haben, dass auch Mitarbeiter, die diese Skills vielleicht jetzt noch nicht haben, die dadurch angeleitet werden. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Alle sprechen von KI und Chat-GPT. Ja, auch im BI-Bereich. Wir bereiten uns auch sehr, sehr stark jetzt darauf vor oder sind schon in der Evaluierung. Das heißt, zukünftig werden wir Systeme einsetzen, die erste Vorschläge erarbeiten. Bedeutet, Datenmodelle werden entworfen und der Mitarbeiter, der da vorsitzt, muss nur noch entscheiden, passt das, macht dann nur noch Anpassungen. Das heißt, wir werden wesentlich schneller werden und haben dann wunderbare Standards. Das ist das Schöne. Es entstehen Standards, es wird gleich programmiert, also die Applikation erzeugt die Skripte. Wir haben eine hohe Qualität drin, haben keinen Spaghetti-Code mehr drin, wie das jetzt zum Teil ja auch der Fall ist. Dann setzt man da irgendwelche Freelancer dran und die programmieren irgendeinen Spaghetti-Code runter, verlassen dann irgendwie nach ein paar Monaten das Ganze und die Leute, die es dann erben, kriegen es dann nicht mehr auf die Bahn oder im Betrieb knarzt an allen Ecken. Und das wird zukünftig hoffentlich anders laufen. Und das wollte ich euch heute nochmal mitgeben. Und es nervt mich tierisch, wenn, das ist auch eine Mentalitätsfrage, immer reinzugehen und immer nur das Negative zu sehen, sondern einfach mal zu fragen, hey, wie können wir denn gemeinsam nach vorne gehen? Wie können wir denn das Unternehmen gemeinsam weiter auf die Digitalisierungsreife heben, auf die einzelnen Stufen, sodass dann auch die Daten, zum Beispiel als datengetriebene Geschäftsmodelle eingesetzt werden, dass man auch mit Daten Geld verdienen kann oder dass wir die Kosten weiter noch runtersetzen können. Weil ich bin der Meinung, in unserer Sparte, dass man solche BI-Projekte nicht mehr monatelang durchführen muss. Es muss nicht permanent ein Berater eingesetzt werden über Wochen, Monate oder sogar ein Team. Nein, wir können Use-Case-getrieben an die Sachen drangehen und innerhalb von wenigen Wochen schon Ergebnisse liefern. Also wir werden von der BIMANU beispielsweise dauert nicht mehr lang ein Angebot auf den Markt bringen. Da werden einige wirklich ein bisschen mit den Ohren schnackern und sagen, was haben die denn vor? Das werden wir euch mal zeigen, wie schnell sowas gehen kann und warum passiert das? Weil genau solche Sachen aus dem Netzwerk, aus dem Kundenkreis auf uns zukommen und wir sagen, das wollen wir so nicht mehr akzeptieren, sondern wir gehen voran und werden wirklich sehr viel in Automatisierung weiter investieren, auch in künstliche Intelligenz, die wir zum Beispiel in unsere Software einbauen werden, um den Nutzen, wirklich den Nutzen. Damit meine ich nicht ein schönes Dashboard anzeigen oder irgendwelche Standardberichte machen, sondern was mache ich aus den Daten? Was kann ich jetzt ableiten? Dass da immer mehr Impulse gesetzt werden, sodass das Unternehmen, gerade was die Marktlage betrifft, Nachrichtenlage, viel, viel flexibler reagieren kann und dass man die Abhängigkeiten von bestimmten Personen einfach reduzieren. Und da seid ihr leider auch dabei, liebe Freelancer, weil das kann es nicht sein, dass ihr Prozesse blockiert, dass Projekte nicht weitergehen. Die Grundidee war ja immer, dann wenn Externe mit reinkommen, dass Impulse gesetzt werden, dass man eigentlich sofort Fahrt aufnimmt, die Projekte wirklich erfolgreich umsetzt, aber nicht über Monate lang einfach durch solche Maßnahmen alle blockiert und die Stimmung auf einmal kippt, kann ich nicht nachvollziehen. Also finde ich nicht fair. Wir von Bimano werden da gegentreten, dass zukünftig sowas, wenn wir sowas erleben, in den Projekten, dass wir da unterstützen, dass wir die Fachbereiche unterstützen, die Stakeholder, die Entscheider unterstützen und dann kann es gut sein, dass dann so ein Freelancer keine Daseinsberechtigung mehr hat. Also seid da mal gespannt, was da die nächsten Wochen, Monate kommt. Und das war mir nochmal sehr, sehr wichtig, in so einer Solo-Folge mal mitzugeben, auch mal zu sensibilisieren und mal zu hinterfragen, ist der Freelancer, den ich dort jetzt einsetze, wirklich derjenige, der mich tatsächlich weiterbringt oder ist das ein Kostentreiber? So, die Frage muss man vielleicht mal für sich selber beantworten, aber einfach mal draufzuschauen, klappt das wirklich gut, so wie man sich das vorgestellt hat, sind ja doch ein paar Kosten, die da täglich aufruhen, so ein Tagessatz, wenn man da auch strategische Berater einsetzt, die dann so ab 1500, 2000 Euro oder sogar höher eingesetzt werden und eher blockieren statt voranbringen, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Investition ist. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das wäre mir nochmal wichtig. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dann hören wir uns schon beim nächsten Mal. Macht es gut. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.